Wie viele Menschen habt ihr schon gewonnen, Laura? Das ist keine einfache Frage zu beantworten. Bestimmt ganz viele. Ich habe auch bestimmt schon ganz viele verloren. Ein paar 100 mit Sicherheit, ein paar 100 in meiner Karriere sowohl gewonnen als auch verloren. Okay. Dann habt ihr 200 Spiele gemacht? 200 habe ich auf jeden Fall schon gemacht, ja. Okay. Das ist dann ganz cool. Ja. Ganz schön viel ist das, gell? Dankeschön. Ich glaube, es sind sogar mehr als 1.000, würde ich mal sagen. Insgesamt, ja, ich hätte jetzt gesagt, 400, 500, ja, ich weiß nicht genau. Wir machen mal hier weiter. Nee. Mein Tennisschläger ist immer in der Tennis-Tasche und ich bin dann, wenn ich nicht auf dem Tennisplatz stehe, mache ich mal auch ganz froh, wenn ich meinen Tennisschläger gar nicht unbedingt sehen muss. Dann bin ich auch mal froh, wenn es mal nicht um Tennis geht, wenn ich einfach mal ein Buch lesen kann oder mit einer Freundin telefonieren kann, wo es nicht immer nur um Tennis geht. Wahrscheinlich so, weil es ist so ein ganz klein, noch gar kein richtiger, so ein aus Plastik, wahrscheinlich schon mit zweieinhalb und mit drei dann ein richtiger. Und dann habe ich mit meinem Papa, das weiß ich noch immer, in der Straße, haben wir immer eine Schnur gespannt und haben dann über die Schnur mit so einem großen Softball gespielt. Und wenn dann ein Auto kam, dann mussten wir über die Schnur wegmachen und dann das Auto vorbei und dann wieder die Schnur hin. So habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Also gar nicht mal auf dem Tennisplatz, sondern auf der Straße. Meine zweite Frage ist, mit wie vielen Jahren und wen hast du das erste Mal besiegt beim Tennis? Also das allererste Mal habe ich ein Kleinfeldturnier gespielt. Da kann ich dir jetzt natürlich nicht mehr sagen, wer das war oder das war ein anderes Mädel. Wir waren da wahrscheinlich so sechs oder sieben Jahre alt und da habe ich ein Kleinfeldturnier gewonnen. Dann am Ende, und da war ich ganz, ganz stolz wie Bolle und habe den Pokal um die Höhe gereckt und ich dachte, das ist so ein Ding, so ein Riesenpokal und der steht jetzt bei mir im Regal und der ist so groß. Aber ich war auch so klein, ich war noch so klein, so wie alt bist du? Achtzig, ich war noch mal neun. Guck mal, ich war sogar noch kleiner als du und der Pokal, der war riesig für damals. Jetzt ist er einer meiner kleinsten, aber der war ganz wichtig für mich, da habe ich mich total gefreut. Aber das war noch ein Kleinfeldturnier. Sind Sie oft nervös vor den Spielen? Ja, immer. Also ich bin auch immer ganz arg nervös und muss mich dann beruhigen und muss mir dann sagen, was ich alles gut kann und was ich vorhabe. Aber Nervosität gehört immer dazu. Das ist, glaube ich, das hat jeder. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich gar nicht nervös bin, das gibt es selten, aber das gibt es auch mal, dann spiele ich meistens ganz schlecht. Also wenn ich nervös bin, spiele ich viel besser, als wenn ich gar nicht aufgerückt bin. Das kannst du dir vielleicht mal merken, wenn du mal nervös bist, ist es gar nicht so schlecht dann für die eigentliche Performance. Ja genau, ich habe heute ganz früh gespielt, musste schon ganz früh aufstehen und bin aber froh, dass ich dann vor dem Regen noch fertig geworden bin und bin froh, dass ich gewonnen habe, aber so ganz perfekt war es nicht, aber das muss es auch nicht sein. Das war für den ersten Tag ganz gut. Wieso war es denn nicht perfekt? Waren doch nur zwei Sitze. Das stimmt. Perfekt ist es sowieso selten. Nee, aber gerade am Anfang, wenn man so in so einem Turnier anfängt, da muss man sich ein bisschen eingrooven, muss man erstmal so ein bisschen, wie soll man sagen, sein Spiel finden. Aber ich bin happy, dass ich gewonnen habe. Warum bist du eigentlich Tennisspielerin geworden? Mir hat einfach Tennis von Anfang an Spaß gemacht. Meine Eltern haben Tennis gespielt. Ich habe einen älteren Bruder, der hat auch Tennis gespielt. Und so bin ich dann tatsächlich mit drei Jahren immer am Seitenrand gewesen. Und irgendwann habe ich dieser Himmel auch mitspielen. Und dann habe ich das ganz gut gemacht von Anfang an. Hat mir Spaß gemacht und ich hatte da auch ein gutes Talent. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch was. Ich habe viel trainiert, habe am Anfang viel mit meinen Eltern gespielt. Und dann, wie das so ist, dann hat man Training genommen. Und dann wurde ich immer besser, immer besser. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, ich möchte da richtig gut drin werden. Und habe dann angefangen, noch mehr zu trainieren. Und so hat dann meine Karriere angefangen. Allee rufe ich nicht so oft. Ich rufe normalerweise Come On auf Englisch einfach, weil ich mit meinem Freund auf Englisch spreche. Und irgendwie das, ich sage mal, man gewöhnt sich irgendwie was an. Und dann, ja, Allee sage ich vielleicht auch manchmal, aber nicht ganz so oft. Ich sage auch manchmal Auf geht's. Ich weiß nicht, das ist eher eine Gewohnheitssache. Aber auf jeden Fall was, wo du, wenn du einfach einen guten Punkt gemacht hast, wo du dich ein bisschen pusht und sagst, das hast du gut gemacht, sozusagen. Aber das hast du gut gemacht ist zu lang. Du brauchst ein Wort und dann suchst du dir halt ein Wort aus.